Hab ich da Süßwasser! Hab ich da Süßwasser, mein groben Krokodil. Man weiß, hier ist ein riesen Falzwasser-Krokodil unterwegs. Es sind wenige. Falzwasser-Krokodile sind die größten Reptilien der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin kein Biologe. Falzwasser-Krokodile fressen Menschen. Oh, sind Fische drin. Richtig viele Fische. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich kann nicht fischen. Ich kann nicht fischen. Das ist Süßwasser. Aber ich freue mich da jetzt nie, okay, Freunde. Ganz wichtig. Falzwasser-Krokodile. Gefährlichste Tier in der Welt. Es sind bekannte Menschenfresser. Und das ist jetzt kein Bullshit, das ist Fakt. Die fressen Büffel, Tiger, Menschen, Affen, natürlich anderes Zeugs auch. Aber eben auch Menschen stehen auf der Portiliste. Und wir sind hier wegen einer einzelnen Insel, wo schon mal so ein Falzwasser-Krokodil gesichtet wurde. Die werden bis zu einer Tonne schwer. Sieben Meter lang. Achtung. Das ist... Das ist Perfektes. Klares. Frisches. Fast durchsichtiges Wasser. Süßwasser. Süßwasser. Ach, das Wasser. Fuck. Das ist für mich. Das ist für mich. Das schmeckt doch. Das heißt für mich jetzt. Auch wenn es nicht regnet, habe ich genügend Wasser und ich kann die sieben Tage eben gestopfen. Ich muss nichts essen. Darf mich nicht verletzen. Kann auch die Sachen fressen. Skorpion. Tschüss. Vielen Dank.